Okay, der reicht aus. Okay, warte dann. Ja, wenn du meinst. Ist mir auch egal. Okay. Bis hierhin habe ich es noch geschafft. Ich bin ja mal gar nicht so extrem ultra scheiße. Ich bin nur ein bisschen scheiße. Oh, okay. Und da kriege ich noch was. Eine antike Feder. Ach, schön. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist ja toll. Okay. Wo ist jetzt die geheime Truhe? Hier muss es doch wieder irgendwo eine Truhe geben. Ja, hier gibt es eine Truhe. Okay. Ach da, hier, okay. Toll gemacht, Link. Na, egal. Hi, Cain. Wenn die Maschinen explodieren oder kurz davor sind, die Explosion an sich schadet dir nicht. Selbst wenn du ganz nah bist. Okay. Denk an die Truhen. Ja, ja, klar, klar. Ja, ich hätte das wahrscheinlich schaffen können. Vielleicht, ja, stimmt. Jetzt liegt halt die Bombe da rum. Egal. Ist ein Hinterbleibsel aus meiner Zeit, als ich hier war. So, äh, habe ich alle? Ja, ich habe alle. Dann. Da ist nix. Da scheint jetzt auch nix zu sein. Okay. Ey du, ich bin fertig. Ei, ei, ei. Gut. Damit ist er wohl glücklich. Der alte Opa. Du bist der außerwählte Held. Okay. Schön. Schön. Jetzt habe ich vier. Ah, endlich darf ich sterben. Schön. Da freut das sich. Press of the Wild. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt als nächstes so kommt. Ich hätte gerne mal ein paar Herzen mehr. Das wäre echt geil. Ja, da lacht er ja schon wieder. Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Ho, ho, ho. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Boah. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? Uff. Das wird hier sein. So ungefähr. Ja, irgendwo da. Tja, dann muss ich wohl mal aufgehen, ha? Okay, als erstes versuche ich jetzt aber mal hier ranzukommen. Wie viel von denen kann ich eigentlich spawnen? Okay, drei scheinbar gehen immer gleichzeitig. Als ob du... Och. So. Bevor du mich jetzt nervst, mach ich dich auf. Ein Opal. Okay. Jetzt muss ich aber eigentlich in die Richtung weiter, weil auf der anderen Seite gehen sie ja kaputt. Nein, Held, ey. So. Die Trunen haben auch Gravitation. Sowieso. Das ist eine Todesfalle, ja. Sowas vermute ich fast. Der kann ja nicht... Also, wenn der einfach so verschwinden kann, dann kann der auch irgendwelche bösen Sachen machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum machst denn du das andere dann kaputt? Dann gehen sie beide kaputt. Also... Na gut, dann noch einmal. Tja. Wo ist die Truhe? Oh, okay. Scheinbar hat er gespeichert, dass ich die Truhe habe. Ja, von mir aus. Von mir aus, wenn du das meinst. Die leben auch noch... Oh, das ist ja praktisch. Die leben ja nicht mal mehr. Oh, Mann, ey. Dinge, die die Welt nicht will. Du hast besser zu spielen, wenn ich nicht da bin. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Mi, 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 mi. So, da können wir doch jetzt zurück, ne? Aber vielleicht sollten wir nicht den direkten Weg gehen, weil dann sterbe ich wieder. Aber der indirekte ist auch nicht besser. Komme ich da runter? Puh. Ich habe das Gefühl, die Antwort ist nein. Auf der anderen Seite muss das ja so geplant sein, dass man da jetzt runter geht. Ach, versuchen wir es halt einfach. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim What? Ja, genau. Ja, genau. Lass einfach los. Hör auf zu klettern. Klar. Natürlich. Und damit Vollgas. Also, ey, komm. What the fuck? Das ist ein Abhang. Wie kannst du da stehen? Das ist... Ernsthaft? Er dreht sich einfach um, springt. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Aha. Also, die Steuerung ist mir echt noch ein bisschen komisch. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber der hat sie doch nicht mehr alle. So, lass mich raten. Hier fällst du auch wieder runter. Ja, was soll ich denn machen? Der stellt sich einfach hin. Ja, los. Tank wieder auf. Komm. Dann machen wir das halt jetzt ganz langsam. Natürlich sterbe ich beim Klettern. Damit er sich einfach... Ach, das ist doch dumm. Dann musst du ja doch weiter klettern. Ich meine, er ist mitten an einem Abhang. Egal. So. Ganz langsam. Nicht runterfallen. Okay. Komm. Biet's mir an. Das ist so lächerlich. Das ist... Er bietet mir nicht mal mehr an zu klettern. Er springt einfach... Ach, komm ey. Well, whatever. Ich lebe. Ich lebe. Hi, Anton. Ich lebe. Ich bin glücklich, denn ich lebe. Da ist wahrscheinlich heiß. Aber ich lebe. Ach, du Scheiße. Äh... Wie? Nein. So. Kann ich jetzt hier mit meinem Magneten mich auch selber heben? Ach, ne. Ne, kann ich nicht. Okay. Das heißt, hier ist wahrscheinlich irgendwo anders irgendwas, was ich erfassen kann. Ist doch stabil. Ist das stabil? Ach, egal. Ich lebe. Alles gut. So, und jetzt auf direkten Weg... ...zu unserem Ziel. In der Hoffnung, dass er dieses Mal nicht wieder stirbt. Das wäre mal geil. Einfach mal nicht sterben. Boah, wäre das geil. Und hier rennt er einfach. Ja, alles klar. Okay, hier sind Gegner. Da will ich jetzt nicht hin. Mein Ziel ist aber auch genau da. Mit denen will ich jetzt eher nichts zu tun haben. Oh, aber da hinten jage ich, glaube ich mal. Ist das ein Pferd? Shit. Was tut dieses Viech? Alter, ich wollte dich fein nur jagen. Du musst dich gleich total durchdrehen. Wo ist er? Ich glaube, er ist gedespawnt, oder? Schade. Also entweder ist er gedespawnt, oder er ist die Klippe runter und ist halt auch ein bisschen Fallschaden erlitten. Ich bin nicht der Einzige, der hier Fallschaden erleidet, ja? So, wie komme ich hier jetzt runter, ohne dass ich sterbe? Oh, wait. Sind wir hier am Anfang? Oh, wir sind hier am Anfang. Sehr lustig. Das sieht nicht aus, als ob du das klettern könntest, ohne zu sterben. Ja gut, was soll schon passieren? Ich bin ja noch nie durchs Fallen gestorben. Ja, ich weiß, dass ich mich teleportieren kann. Aber ich... Ich muss hier ein bisschen lernen. Äh, Link. Ja. Hier hat er es mir angeboten. Sehr gut. Als nächstes will ich nicht diese Pilze haben. Und hier kann ich hier einfach runter. Okay. So, ich... 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 Ich mach Fortschritte. Das nervt mich ein bisschen, dass diese Viecher einfach diespawnen können, wenn sie Bock drauf haben. Ja, hallo? Ich entscheide, wo du hingehst. Du gehst jetzt da runter. Okay, das war jetzt nicht so mein Ziel, aber egal. Was? Der alte Mann ist weg. Nein, das gibt es ja gar nicht. Unfassbar. Gut, wo ist mein Ziel? Mein Ziel ist da hinten. BOTW ohne Schnellreise. Respekt. Ja, danke. Habe ich denn dieses Schwert? Ich will an dieses Schwert. Das sieht geil aus.